so wir haben unser ziel erreicht ja deswegen brauchst du nicht zu holen schätzelein ich muss mal schauen zeigt mir was für uns okay wir müssen doch noch ein bisschen weitergehen ich würde auch gerne nebenbei direkt die rüstungssachen mitnehmen da sind doch schon so einige sachen die wir noch holen müssen was ist das hier ach so das sind nur erz vorkommen okay die beiden sachen markiere ich mir mal und ich markiere ich mal genau ja ist ja gut kannst du nicht mal die klappe halten die hören uns doch noch umso kein speer oder so kannst du mal ja er dürfte aber erst mal nichts vielleicht sollte ich mich hier lieber vermogen soll sich nicht soll sich nicht vermogen soll sich verstecken das ist ein unterschied kann sie sich ja eigentlich irgendwo verstecken hallo er guckt jetzt in die andere richtung oder ja genau hier bin ich hin also komm rüber ja komm lauf läuft glaube ich euer nachschub rum ein bisschen näher ein bisschen näher habe ich jetzt hier gerade ein hund gehört ach du scheiße was ist da los das sind die die gefangen genommen haben oder ja dann wollen wir euch doch mal gleich befreien ja komm du auch okay es sind anscheinend nicht die diese gefangen genommen haben sonst würden sie jetzt nicht einfach weiterlaufen aber es sind auf jeden fall zivile leute also die lasse ich definitiv in ruhe okay der stand jetzt direkt neben mir wieso funktionierte das mit dem attentat jetzt genau nicht ach Leute echt so du bist anscheinend ein zeuge dich kann man hier gar nicht gebrauchen aber egal so so das war eine fahne ich dachte gerade schon die blöde quid sich jetzt hier nicht genau in den weg stellt genau geh und lass dich fliegen genau so ähm unten sind noch zwei jetzt kommen da oben schon wieder welche angelaufen ist finde ich aber nicht nett hier ja warum müssen die mal nachschub bekommen ich könnte natürlich ja die gehen da runter ne glaube ich ich könnte natürlich jetzt erstmal da hinten auf die andere seite gehen oder hat eine glocke direkt über sich ich wollte ja immer mal ausprobieren was passiert wenn ich die glocke zerschieße aber das steht leider nicht daneben schade bin ich jetzt zu weit weg oder was war das jetzt gerade das war zwar nicht rot aber schade dass der nicht direkt da drunter stand man zumindest kann er jetzt keinen nachschub mehr rufen das schon mal etwas gutes genau rutsch du mal da runter dann sind wir dich erstmal vorerst los nix mit glocken glocken leuten hier ja komm her geh doch mal runter man wieso funktioniert diese scheiße mit dem attentat eigentlich nicht mehr also dass man da die zweite axt dann in die richtung wirft komm dich schon mal so komm ja komm mecker nicht komm einfach gucken wir müssen ein bisschen näher rein ja komm ach leute lasst doch euch doch nicht immer so lange bitten ganz im ernst jetzt so da hinten haben wir jetzt noch einen da ist noch eine truhe die wir klauen können ach da kommt gerade der nächste schon wieder hoch ich könnte schon wieder kotzen ach dann komm stell dich irgendwo hin aber nicht mit dem gesicht zu mir ja und auch nicht direkt hinterm Pfosten vollpfosten okay der haut schon wieder ab na gut unten läuft einer aber doch der kommt jetzt hoch ich will jetzt endlich die truhe haben so so kommt der hinter mich ne ne dein ernst jetzt ich meine das war zwar kein kopfschuss das war mir schon klar aber normalerweise wenn das so ins genick reingeht dann sind die sonst auch immer tot man geht doch so haben wir unten noch eins zwei drei gehen wir jetzt von dieser seite rein oder gehen wir von der anderen seite rein das ist jetzt die große frage drei sind nämlich ziemlich nah aneinander aber da ist noch einer die schalten wir doch auch mal aus guck nicht der jungen dame hinterher komm mal zu mir ja du bist ein braver Kerl du kommst wenigstens ne sehr schön okay oha sind aber nicht alles ok der hat nicht ganz so gesessen aber ich denke er kommt jetzt hoch genau dauert dauert halt immer alles ein bisschen länger ich kann natürlich auch rein rennen und hier alles metzeln aber ich muss ganz ehrlich sagen so macht es irgendwie am meisten spaß finde ich ach es sei denn natürlich die idioten sind komplett auf der falschen seite ja komm ich habe keine ahnung wofür das jetzt war ich habe keine ahnung wofür das jetzt war ach so damit ich da hinkomme wahrscheinlich ach das ist ein spacken der bewegt sich ja gar nicht ne ach ach ne ach 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 ne in euch denn kein Gehirn eingepflanzt? Das ist doch nicht wahr. Na gut. Machen wir es so. Da ist keiner mehr. Schätze, den Rest werde ich sowieso gleich so machen müssen, dass die mich sehen, weil mit Verstecken ist hier nämlich gleich nichts mehr. Nein. Mann. Dann gehst du halt über die Seite. Das ist mir doch egal. Das hat... Doch, das hat geklappt. Okay. Ich dachte gerade schon. So, die Frage ist jetzt... Breite deine Flügel aus. Da unten ist noch was. Ne, da unten ist ein Typ. Aber irgendwo in dem Gebiet ist noch was. was ich jetzt von hier oben aus nicht so wirklich sehe. Ach, ich hasse es, ehrlich. So, Moment. Moment. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ja, los. Ja, los. Hm? Ich weiß zwar überhaupt nicht, ob mir das irgendwas bringt und wenn ja, was, aber... So, Moment. Der ist unter mir. Ja. Oops. Oops. Oh! 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 Kommt der jetzt hier hoch oder soll ich runter gehen? Ich glaube, der kommt hier hoch. Ich wollte zwar eigentlich jetzt gerade runter gehen, aber so geht es auch. Ja, komm. Komm, du siehst doch bestimmt die Leiche da oben. Genau. So geht es auch. So, ich habe aber bald keine Pfeile mehr. Oh, muss der mich so erschrecken? Ja, genau. Finde ich auch. Da ist noch einer. Die Frage ist, ob man ihn treffen kann. Ja, bewegt er sich? Okay. 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 Stimmt. Was macht der denn jetzt? Wieso verzieht der denn jetzt? Da sind noch drei bewegliche Ziele dran. Hm. Ich wollte gerade noch sagen, der hat mich nicht gesehen, oder? Aber irgendwie guckt der dann doch in meine Richtung. So. Jetzt heißt es, denke ich mal, definitiv, die Zeit des Schleichens ist vorbei. Des Schleichens jetzt nicht unbedingt, aber... Ich brauche mich nicht zu verstecken. Ich werde sie auch so alle kriegen. So. Ach so, das war eine Rune. Ja, klar. Ähm. Hat der mich jetzt erschreckt hier? So. Hier hinter ist noch was. Ich müsste eigentlich wieder Pfeile für mich haben. Na ja, eine zumindest. Ja, hinten sind welche. Gut, Tag. Hört sich irgendwie an wie bei... Sims 4. Tschu... Wo? Ich war's nicht. Was kann ich denn dafür, dass die blöde Alte da so dumm rumstand? Ich hab doch nur die Kiste kaputt gemacht. Mann, 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 Mann. So geht das aber nicht. Das ist jetzt eine Wache? So, einen haben wir noch. Da gucken wir jetzt nochmal eben schnell nach, wo der sein könnte. Oder oben ist auch noch einer. Hm. In welche Richtung denn? Ah, Moment. Ah, ja. Okay. Da oben ist er. Das heißt, dass ich irgendwie hier hoch muss am besten. Junge. Mädel, kannst du dich mal sofort hochziehen? Okay. Na also, der Steinbruch und Wenlocan sind erledigt. Das sollte Rodri zur Vernunft bringen. Auf nach Westburg. Ehe Ivar noch mehr Unheil stiftet. Ja, das befürchte ich allerdings auch. So, perfekt. Die Frage ist jetzt nur... Zwei Rüstungs... Ja, toll, dass das jetzt gerade mitten in meinem Bild kommt. Die zwei Rüstungsdinger, da möchte ich nämlich gerne noch haben. Hm. So. Oh. Warum sind da drei unten? Wo kommt die denn jetzt her? Ja. Oops. Oops. Hup! Der hat mich nicht gesehen. Nein. Könnte der auch. So. Aber ich habe ihn gesehen. So, das eine ist unten. Das andere weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich meine... Zeig es mir. Eins ist unten, eins wird mir nicht mehr angezeigt. Okay. Oh, über mir ist auch einer. Wo kommt der denn jetzt her? Das sind mehrere. Seid mal, Leute, ist das euer Ernst? Könnt ihr nicht ständig irgendwelchen Nachschub hier beordern? Nein, nein, nein. Zieh dich hoch. Ach, dann hangel dich halt so darunter. Ist mir jetzt auch egal. So, kriegt keiner mit. Dann haben wir die Tosche mal. Und 25,50. Ist aber beides unter der Erde, wenn ich das richtig sehe. Dann mach das. So, schauen wir mal eben schnell, ob wir beide Teile hier drin finden. Oder ob wir überhaupt eins hier drin finden. Oder muss ich hier tauchen? Aber ich sehe hier gerade überhaupt nichts mehr. Können wir nicht mal raus. Das ist irgendwie so eine Sache. Das kriege ich nicht so richtig hin unter Wasser. Naja. Immerhin haben wir schon mal eine Sache. Ein Sarkophag-Schild. Was ist das? Titan, sehr schön. Und ich glaube, da war noch ein Brief, ne? Oder an Merton. Zu uns auf die Felder kam er und sprach. Kommt mit mir und kämpft. Los, alle mir nach. Wir ergriffen die Sicheln, die Hämmer und Ketten, um zusammen mit Merton uns alle zu retten. Sein Name gepriesen, er führte uns an. Wie in Wellen kamen Feinde, immer neue heran. Er fällte Bretonen, ihr Blutrander hin. Und Merton war weiterhin mutig im Sinn. Mit einmal ward und zingelt er schnell von drei Mann. Er kämpfte mit Ehre, doch starb er daran. So weinet für Merton, für Merton unser Tan. So weinet für Merton, der Gutes getan. Ja, aber eine Sache haben wir hier. Nimm mich runter. Eine Sache haben wir hier noch. Ach man, du sollst springen. Und ich weiß nicht genau, wie wir da jetzt rankommen, beziehungsweise wo es ist. Kannst du einfach mal schwimmen, bitte? Danke. Sieht so aus, als ob es irgendwo noch draußen drunter ist, aber... Hier drunter vielleicht. Was willst du? Da in der Richtung. Ah, okay, verstehe. Ja, was auch immer. Entschuldigung, ich hätte auch was sagen können. Ich weiß. Ach, die ist direkt hier? Sag mir das doch einer. Ja, wunderbar. Damit hätten wir dann auch diesen Auftrag erledigt. Und, ja, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt zurück zu Iva. Und zwar werden wir den blutigen Weg zum Frieden nehmen. Allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.